diese scheiß tourbine fällt immer aus ich glaube ich mach da gleich mal sonnenenergie hin jetzt kommen schon wieder so räuber von dir zu mir mülldeponie ich mache jetzt minus wegen stromausfall du kannst mich mal so sonnenkraftwerk so ein kraftwerk sonnenkraftwerke nach gerade minus so die frage ist jetzt woher mit dem scheiß ah ja damit wir stellen heute ein aufschlossen leute baut eure häuser wieder auf 71.000 80.000 92.000 dann wären die die kredite mal abgezahlt vielleicht kann ich denn da gehen könnte jetzt natürlich dann auch mal nochmal ein zweites casino bauen also eine zweite spielhalle das ist das denn dass das denn ein bisschen das war gott damit die staaten noch ein bisschen so jetzt haben wir strom im überfluss her damit bild zentrale petitionen irgendwann kann ich schon da ich kann die spielzentrale bauen nachher kann ich bessere casinos bauen so gut casino tropolis also meine arbeiter pendeln zu dir zum arbeiten okay also meine idee ist jetzt meine strategie ist jetzt mit dem sonnenkraftwerk genug strom zu machen dass ich da nach und nach die turbinen vom windkraftwerk abschalten kann und irgendwann das ganze ding am schluss nur noch still steht und dann können wir das nämlich abreißen wir einerseits wieder mehr leute also die arbeitslos sind die wieder neuen shop nehmen können und wir haben da oben wieder platz und wir haben zuverlässigere energie wie zum beispiel sonne na gut okay sonne ist auch nicht immer da aber trotzdem finden tut es auch nicht immer gut sein scheint auch nicht immer da jetzt mal raus die sonne scheint mir ausmarsch wenn zu divertimento da kenne ich kennst du plan b plan b ja wo er aus seinem tagebuch vorliest weißt du ja 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 heute habe ich mein erstes einmal mit nach dem zimmer voll schaden lassen zimmer von mir bei mir muntern nicht so voll ausgebaute grundschule soja leute ich werde jetzt im momentan gerade bis ich das geld zusammen habe für die spiel nein wie heißt das spiel zentrale spiel zentrale das ist dann nachher hier kann die casinos werden dann alle freigeschalten kann ich die casino bauern nobles casino kann ich dann bauen kann was für ein ficker sky ficker ja das elegante kassi meine ich habe sky ficker verstanden und was so was meintest du denn nachher kannst du sogar die noten kasinos und so bauen ich weiß ich baue nicht so gerne auf noch mal ich das jetzt nur oder ist die straße wieder ein bisschen freier geworden ja es geht mittlerweile die feuerwehr als brein schon wieder alter wie wenig leute noch mit den autos unterwegs sind oder ist es weil jetzt alle bei der arbeit sind es werden jetzt alle bei der arbeit sind du musst heute also du musst im abend um 6 uhr noch mal schauen ja jetzt habe ich vier uhr da kommen schon mehr leute ja eben laul ist es momentan die warte zeit für einen bus 45 minuten ist immer noch ein bisschen die straße sehen auch nicht wirklich entlastet so ich habe fünf uhr und die straßen sehen extrem frei aus also gut bei mir noch halb sechs geht immer noch ja jetzt kommt langsam der verkehr wieder auf hier sieht man es jetzt ist sechs uhr ich habe fast gar keine autos in der stadt ok hast du ja gut ich habe ihm noch recht viele durchschnittliche wartezeit heute 55 minuten hat er nämlich das auto wie viele einwohner hast du zurzeit ich habe zurzeit lol 13.000 vor die 19.000 hatte ich vor nicht mal 70.000 oder habe ich mich da verguckt 70 ich hätte glaube ich mal 70.000 oder ich glaube ich habe ich kann nicht die ganze zeit mal so ein bisschen 21 obwohl wir haben wir haben wir haben ein video beweisen das kann ich ja immer noch nachschauen 20.000 ist ein bisschen viel ich glaube er hat das 17 keine ahnung kann ich da nachschauen wie viel er sich am höchsten hat ja ja kann ich wenn der auf das pfeilkong schieben das höchste hatte ich im august mit 25.000 nachher ging es runter im september auf 18.000 25.000 ja ich hatte mal 25.000 einwohner rekorb war bei september 17.000 meiner im august 20.000 ich weiß dass wir das offscreen ich weiß dass wir das offscreen gemacht haben das letzte mal dass wir das offscreen gemacht haben hatte ich so eine gute stadt die so gut lief am anfang ist dem wach und dann aber ich habe noch keine komik umgekommen aber weißt du noch weißt du noch als ich am anfang direkt bankrott ging und danach eine hammer geile stadt gehabt habe da hat sich jedes jede einkommensschicht hat sich extrem groß ausgebaut ja ich weiß was hier sieht man auch schon die modernen neuen häuser hier so werden dann irgendwann mal größer und höher so weiß ich mal mit einer stadt direkt abgekackt habe und ich dann jedes mal kredit braucht pro tag gemülleimat wollte ich gerade sagen pro tag gemülleimat jetzt habe ich sie nur jetzt kann ich natürlich auch hier die casinos bauen die jetzt noch ein bisschen teurer sind so weiter baue ich da jetzt nicht richtung sonnenkraftwerke ich muss jetzt mal noch nicht wenn du das nächste mal dein rathaus upgrade ein rathaus morgen von kaltes rathaus alter allgemeine hochschule ist verfügbar auch man alle schulen oder reicht da irgendeine du kannst wenn du natürlich mehr in die bildung gehst alle machen ja gut dann dann verbessert sich die industrie ne lalala was für eine wohnenverschmutzung hast du kannst du bei dem nächsten rathaus upgrade ne sicherheitsabteilung bauen sicherheitsabteilung ja kann ich ja das als nächstes rathaus upgrade wäre ich froh wenn wir sicherheits ich kann abgrenzen dann mach bitte das sicherheits weil dann kann ich dann die große polizeiwache bauen und dann kann ich mich mehr auf mehr aufs casino konzentrieren was soll das zu bringen bergermeister holen wir uns nach einer upgrade zu einer nächsten größeren spielzentrale setzen sie setzen sie alles auf eine karte macht sich einer damit wir die große folge bauen können ja nicht nur wegen dem dass wir auch nachher das andere krim bauen was was möchtest du bauen der für casino warst du also ja polizeirevier für casino das große ja ist okay gut wie sieht es nun bei strom aus 67 überfluss aus studium scheiße ich habe vergessen den wecker zu stellen die timer aber ich schon ich schon gut erst mal kurz strecken und ein schlückchen trinken sicherheitsabteilung gelebigung jetzt kommt wieder verkehr auf was denn jetzt schon wieder los war das wochenende